ähm hier also Tyrosos, der zurückgewiesene. Tyrosos, der zurückgewiesene, war bekannt dafür, mit nahezu beispiellosen Zorn zu kämpfen. Viele meinten, es gebe nur eine Erklärung, weshalb das Feuer in ihm so wild loderte, die unerwiderte lieben eine Frau. Weil da innen dran Hörerschaden durchführen kann. Hoho, das ist ja schön. So. Wieso hast du den eigentlich im Busch gesehen? Wieso hast du den eigentlich? Oder hast du den? Könnte auch sein. Ähm, ja Sarah, das weiß ich. Wett einhauen. Wett einhauen. Wett einhauen. Wett einhauen. Achso, okay. Wir haben jetzt ein episches Duell-Wagen. Hm, ne, ich ähm, ich mach das mal erst, wenn ich alle getötet hab. Das wär ja auch sehr lustig, wenn der hier so rumschlavenzelt und dann irgendwann checkt er so, hm, irgendwie sind alle gerade tot. Niemand ist mit da. Keine Sorge, ich räche dich. Kann der, kann der nicht, also kann der nicht schwimmen? Offensichtlich. Den hab ich wohl vergessen aufzuräumen hier. Aber süß. Wie gesagt, keine Sorge, ich räche dich. Aber er wollte ihn nur von der Urkauer spüßen. Das ist dann nicht so. Sooo. So, da ist noch einer, da ist einer und hier ist niemand mehr. Also haben wir nur noch zwei. Tja, fühlst du dich jetzt dumm, dass ich alle töte, während du mich nicht findest? So, oh da ist noch einer. Alles klar. Bist du tot? Na, bis zum Boden. Gut, dann ramme die Tür auch mal aus. Äh, aus. Wir rammen die Tür auch so. Was stimmt denn? Ach süß, der sagt mir jetzt, dass ich Ausrüstung habe. Ah, nicht. Ich dachte, der kommt jetzt her. Gut, kommt er doch nicht. Gut, dann noch einen. Und dann wünsche ich mir einen epischen Fight. Gut, dann geht's mit dem Gladiator. Ja, mein Router, ähm, mach deinen Router. Das ist aber cool. Was machst du? Ich hab dich nicht verstanden. Sag's noch mal. Irgendwas mit einem Prosier. Ja, sag's. Ja, sag's. Wie du weißt, ist es ja, dir ist das vorhin zum dritten Mal passiert, dass du nur F gedrückt hast. Und dich dann gewundert hast, wieso der nicht tot ist. Mich nicht gewundert. Oder vielleicht habe ich aus Versehen kurz F gedrückt. Aber hier, ähm, mach eigentlich... Oh, ein schöner Reflexpunkt. Ähm, ich mach eigentlich, äh, immer kritisch F. So, dann hier rein. Dann hier Spurenlasergürtel. Das war ein Gürtel, bei dem da immer so viel drin ist, ne? So, und hier schön eingepfeffert. Dann noch ein Kriegs, äh, Ding da vorne. Ich schiebe es auch für die Mütigkeit. Ja, gerne. So. Ähm, ah. Ich wäre jetzt, äh, 30 Meter gegangen. Oh Gott. Das ist hier schön. Das habe ich dir noch mal gefreut. Ach, warte, 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 ich glaube, ähm, ich konnte die noch mal befreien, weil jetzt war es Sparta. Ich glaube, ähm, als wir es befreit haben, beim ersten Mal war es Athen. Und, äh, hier in der Gegend haben wir ja für Sparta gekämpft und Sparta hat gewonnen. Natürlich war ich dabei. Ähm, und dementsprechend gehört es jetzt. Sparta. Ist ja interessant. So. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Freizag, ja. Athen-Tass-Schaden und Schaden für alle Schäden. Schaden, Schaden. Ich habe jetzt gleich so einen Schaden. Jägerschaden. Jägerschaden. Hm. So, Grabtierschuss brauche ich eigentlich echt nie. Ups. Den benutze ich halt nie. Wenn ich damit halt nicht hierher zurückkomme. Upsi. Jägersch, look auf. Äh, das ist eigentlich eine ziemlich drühe. Aber dann habe ich ja keinen Helden-Schlag mehr. Beziehungsweise also keinen heftigen Helden-Schlag. Und 24-Plus ist eigentlich gar... Ja, nee. Hier ist schon besser. Elfer hatten das Schaden. Kopfschuss-Schaden. Und diese paar... paar Verteidigungen mehr. Klingt ja auch nicht wirklich. Was schalten denn hier noch? Ist das was anderes? Hört doch stimmen. Oh, ich werde dich schon schützfreden. Ja. So. Machst du dich gerade lustig, wenn ich hier Schluck auf hab? Oh, so. Äh, Haus des Anführers. Okay, normal. Und hier ist schwer. Da mache ich. Komm. Ah. Ich kann hier gleich. So, jetzt. Äh, jetzt. Ich kann nicht, weil ich... äh, hier in einem Gebiet bin, das umstritten ist, obwohl ich alle Streiter weggenommen hab. Hallo Flo. Mhm. Bin übrigens wieder da. Wie geht's dir eigentlich? Wir haben lange nicht mehr gequatscht. Ja. Ja. Ich hab leider noch nicht mit den Tieren angefangen. Aber da muss ich dann noch ein bisschen leveln. Oh. Leveln. Ich hab noch ne Fähigkeit. Wie's mich hier halt immer stört, wenn, wenn, ähm, die Leute Fähigkeiten haben, die nicht ausgeben. Aber das Ding ist, ich, ich, äh... Ich muss halt wirklich mal mein mein Speer verbessern. Aber wieso steht hier Verbesserung verfügbar? Äh, die Übermeisterung... Wie, wie kann ich das verbessern? Äh... Wenn ich's anklicke, passiert nix. Warte mal, mein Inventar. Nee. Weil für die Verbesserung von Speeren oder von meinen Speer muss ich doch immer so eine Höhle finden. Guten Tag. Es gibt nur eine Stelle zu... Ach so. Ich muss... Ah. Also ich, ich muss zu der einen Höhle wieder zurück. Ich dachte... Ähm... Ich dachte, man hat, äh... Nur... Also, ähm... Ich dachte, man hat mehrere Höhlen. So auch so. Okay. Ja, gut. Guten Tag. Das ist ein Bier. Ab. Adlerfrau, du kommst gerade recht. Eine Schlacht steht bevor und wir könnten eine Söldnerin deines Formats brauchen, um spartanisches Land zu erobern. Ähm... Ich bin zwar zu dir gekommen, aber ich spüre... Meine Klinge ist dein. Du wirst einen Anteil bekommen, doch erst müssen wir siegen. Jawohl. Ein-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir. Zwei-Wir-Wir-Wir. Zwei-Wir-Wir-Wir-Wir. Zwei-Wir-Wir-Wir. Ei-Wir. Sie-Wir. Bist du dir ganz mal? Ja, gut. So, sehr schön. Oh, viel. Und das ist so ein Pferd. Wo ist denn der nächste Dipper? Ist das eine? Ja. Ich drücke Dipper. Auf. Auf. So, Entschuldigung, du musst mal jetzt warten. Ich drücke den Nächsten. Ah, da ist ein Tag vorher. Das ist ein Pferde, aber ich hab mal eine Gefahr. Bist du tötig? Nein, du bist nicht. Aber ich bin nicht. So, dann los. Ja. Nichts. Das ist ein Pferde, oder? Ich hab's ja zurückgekommen. Entschuldigung, Entschuldigung. Ach ja, das sieht aus. Ich hab's ja zurückgekommen. Ich hab's ja zurückgekommen. Ach ja, das sieht aus. Ach ja. Ach ja, ich hab's ja zurückgekommen. Ach ja, ich hab's ja zurückgekommen. Ach ja. Ich hab's ja zurückgekommen. Ach ja, das stimmt. igsaw Gobste. Wir müssen die hier sein. Wir müssen damit hochrangig hochgemacht. Wir haben den Mann. Gut, der nächste ist da. Hallo. Viel recht. Weiter los. Ja, schön! Feierabend schön! Ah, wo geht's noch? Dann bitte ich die 2. Und weg bis hin. Wo ist der Nächste? Oh! Ja! Nee, das ist schon nicht der Nächste. Ähm... Ich brauche hier noch etwas zu fehlen. Go, 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 go! Jetzt geht's weiter. Hau! Wir hatten ja wehgetan. Mach mal was? Mach mal was. Ah, da ist er. Okay, dass ich dich einfach stehen müsse. Aber ich muss mich da. Ah, da ist er. Okay, dass ich dich einfach stehen müsse. Aber ich muss mich da. Ah, da ist er. Ein. Leute! Nichts nachlassen! Oh, das war doch bald schon wieder. Aha. Okay. Oh Gott. Sehr schön. Ich bin jetzt hier jetzt vor dem Trink den nächsten und vor dem Dich aufgetan. Oh, der Stuhlwein, du bist. Ich finde, ich bin nicht der Stuhlwein. Ich finde, ich bin nicht der Stuhlwein schon. Ah, da ist er. 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 Tag, Tag, Tag. Jetzt müssen die Lein beschädigen. Ja, und jetzt. Jetzt sehen wir ihn wieder ewig. Nein. Ah, da ist er. Ja, ich höre nicht, ich höre nicht. Ja, wir haben gewonnen. Gut, nice. Äh, bei der Kampfszene bist du zu leise, verstehe ich fast nix. Äh, so. Gut, gut, gut. Ich sehe eben das, das habe ich immer noch nicht reparieren können, dass der mein Mischpult als Ausgabeding wieder hernimmt. Keine Ahnung warum. Gut. 16 Soldaten getötet, 6 Hauptmänner getötet. Nur 6? Hm. Echt? Ich habe 16 Soldaten getötet? Krass. Na gut. Nice. So, Kurzschwert und Attentätertuch. Attentätertuch. Kriegerschaden, Attentatsschaden, Deutschschaden. Wieso Kriegerschaden, wenn das ein Attentats-Ding ist? Aber, Entschuldigung, ich tu dich mal weg. Ich tu dich im Bein mal weg, obwohl die beiden, ja, waren schon ganz gut. Äh, Kriegerschaden? Nö. Gut. Ja. Jetzt gehört es wieder Athen. Sehr schön. Ähm, Schlachtfeld von Malius. Okay. Hm. Könnt ihr hier auch schnell reisen, ne? Gut. Ähm, dann werde ich hier mal jetzt, hier, hier ist so viele Fragezeichen. Ich hab eigentlich, also ich, ich dachte hier, hätte ich wirklich alle Fragezeichen, äh, abgeklappert. Ich klopper die ab. Aber irgendwie, aus irgendeinem Grund. Na. Wo ist denn, wo ist denn, ähm, das Tor? Wo, wo kann ich nochmal mein, ähm, mein Speer auftunen? Das, was ich mir ja, äh, wirklich merken wollte, ist es, ne? Oder, äh, gibt's hier eine Quest? Warte mal. Ah, doch, doch. Hier gestern. Hier. Hier. Äh. Wieso mach ich Escaped? Ähm. Hier unten. Ah. Cool. Warte, dann steppere ich es mal kurz rüber. So. Ich find's auch lustig, apropos mit, ähm, Mischpult und so weiter, ähm, dass, wenn ich das Mischpult benutze, also mit den ganzen, ähm, mit den ganzen, ähm, äh, Clips oder was weiß ich, was ich da, äh, benutze, also das von Family Guy und so weiter, ähm, das hörte ich jetzt gar nicht mehr. Also, ähm, ich kann die ja gar nicht mehr benutzen, weil aus irgendeinem Grund, ähm, ist das jetzt die falsche, ähm, Spur oder so, da muss ich mich auch nochmal einfuchsen. Also, nicht, dass ich, äh, viel von denen gebraucht mache, weil, ähm, das ist dann doch ein bisschen zu viel für meinen einen Rechner. Also, für solche Sachen, ähm, wenn so Clips oder lustige Gags da, ähm, reinkommen, äh, da ist zum Beispiel ein, ähm, zwei PC-System, also, so, mit Streaming-PC und, ähm, äh, Gaming-PC. Da ist das schon echt, äh, praktisch. Dann, äh, kommen die eben auf den Punkt und nicht so nach, keine Ahnung, gefühls, äh, 20 Stunden oder so, wo es dann gar nicht mehr reinpasst. Naja. Patsch, 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 äh, äh, geht mein, geht das kleine Schiffchen kaputt, ne? Weil die hohe See ist ja so toxik für kleine Schiffe. Oder gut. Wie viele Haie es hier gibt, ne? Wobei, gerade, gerade läuft das ganz gut. Wenn ich weitersegele, werde ich kentern. Ja, dann, dann kentert er doch. Ja, weil, bis, bis zur Insel haben wir es, glaube ich, gerade so geschafft, ne? Also, das, das wird das, glaube ich, äh, ein bisschen, hat er ein bisschen Schaden bekommen. Was ist denn? Ah, okay. Die, 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 oh. Die Audio-Datei ist nur gerade von Wind ein bisschen. Also, die Wellen, geil. Ähm, ist gerade ein bisschen kaputt gegangen. Ja, ich hätte mein, oh, scheiße. Ich hätte mein Boot holen können. Aber das wäre ja langweilig. Also, ich, ähm, ich meine, da sind zwei Haie. Ira, auch fast mal. Wie denn da? Naja, egal. Wir haben gerade auch Spaß. Ja, super. Das sind Delfine. Oh, an sich müssen die Haie jetzt weiß ausgehen. Weil Haie hassen Delfine. Das sind die einzigen, oder, damit, äh, die einzigen, die sie wirklich dürften. Also, mitten im Ozean. Ähm, sie schwimmen bei so Riesenwellen wäre auch, glaube ich, nichts für mich. Was genau tust du gerade? Ach, ich, äh, nimm mein Bart. Nervig. Das sah nicht aus wie eine Schnellreise. Oh, oh. Oh, oh. Sind wir uns einig, dass wir nie wieder darüber sprechen? Ich wollte halt das Kassandra mal ein kleines Bart mit. Das ist doch auch mal ganz gut. Tja. Ja, ja. Ich dachte, du, du lässt mich ja nur im Hintergrund laufen. Oder nee, mehr. Dafür passt du aber zu sehr auf. Lass das. Noch lustige Werder. Geh da so rein. Ja, ja, die Haie. Die sind ja immer so böse. Die sind ja immer so böse. Ich bin ja auch. Ich bin ja immer so böse. Untertitelung des ZDF, 2020